Herzlich Willkommen hier wieder zu einer neuen Ausgabe von VLOG Weltreise Globesurfer, wie auch immer. Wir sind hier gerade in den Niagara Case und das sieht schon ziemlich spektakulär so aus. Es ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Zeig mal rum. Natürlich haben wir hier wieder die üblichen Lichtprobleme. Gerade da. Fokus. Sieht schon sehr cool aus. Ziemlich groß. Ich fäng noch mal ein bisschen schneller hier. Wir gehen jetzt einfach mal ein, zwei Meter, damit ich ein bisschen Zeit draufkriege. Und es ist nicht zu langweilig für euch ist. Ehrlich gesagt habe ich noch überhaupt keinen Plan über Historie oder Tiefe. Oder special things. Schon allein die Treppen sind cool. Naturtreppen, die natürlich mit natürlichen Mitteln bearbeiten wurden. Ich glaube da hinten geht es weiter. Das sieht alles gar nicht so weit weg aus. Und ehrlich gesagt glaube ich ja auch, dass man hier noch tiefer reingehen kann. Da so. Wollen wir es mal probieren? Ich habe auch eine Lampe, die ich bekommen habe. Ja, probieren wir es. Sieht schon ziemlich geil aus. Ja, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht zu geil für euch. So, probieren wir doch mal hier eine schöne Puzzle. Ob das da überhaupt tiefer reingeht oder überhaupt und ob man da was sieht. Es geht mehr in da. Du sprichst englisch? Hä? Du sprichst englisch? Nein. Ah, okay. Sorry. Sorry. I guess It's gotten not deeper. Da können wir auch wieder Deutsch belabern. Und zumindest da den normalen Weg weitergehen. Ja. Sieht schon sehr cool aus. Ja Leute, lasst es uns das gewesen sein von diesem schlechten Video. Bis bald und gehabt euch wohl. Tschüss.